Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von OldtimerBlondie. Heute möchte ich mit euch gemeinsam die SR2-Restauration weiter fortsetzen, indem ich die Felgen komplett neu einspeichere und dann noch neu bereife. Ich habe hier dann schon mal was vorbereitet. Diese Felge habe ich schon vornherein komplett fertig gemacht. Aber wie ihr sehen könnt, dieser Felgenring, der muss jetzt noch komplett neu eingespeichert werden. Im vorhergehenden Video habe ich euch ja bereits gesagt, dass ich die Teile komplett neu lackieren lassen habe. Also hier ist jetzt auch der Felgenring gesandstrahlt, lackiert, die orange Lenierung aufgebracht und dann nochmal mit Klarlack versehen. Den Link dazu blende ich euch hier oben in die Ecke rein. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr da gerne mal reinlegen. Als ich die SR2 auseinander gebaut habe, sahen die Narben noch so aus. Also sie waren komplett verdreckt. Man kann halt auch gut erkennen, dass in dem Radlager auch Dreck reingekommen ist. Und diese Narbe habe ich einmal komplett gereinigt. Und dann mit so einem Polieraufsatz für den Akkuschrauber und der passenden Politur konnte ich dann das Aluminium wieder so auf Hochglanz bringen, wie es jetzt hier aussieht. Die verwendeten Produkte, die schreibe ich euch unten in den Videotext mit rein. Und da könnt ihr da gerne mal draufklicken, falls euch das interessiert oder falls ihr da mehrere Informationen dazu braucht. Außerdem brauche ich für das Einspeichen der Felge noch neue Speichen. Die habe ich mir hier versorgt. Und ich habe darauf geachtet, dass ich die Edelstahl-Variante mir gekauft habe. Die Speichen gibt es auch noch in Chrom. Da glänzen sie zwar besser. Aber ich finde halt einfach, man hat dann das Problem, dass halt schnell das Chrom abplatzt und dann natürlich die Speichen schnell nicht mehr schön aussehen. Und mit Edelstahl habe ich einfach die Sicherheit, dass da nichts abplatzt und auch die Speichen nicht rosten können. Und dann würde ich vorschlagen, dann beginnen wir jetzt einfach mal damit. Ich möchte diese Felge in dem alten Speichenmuster, wie es auch ordinal damals war, wieder frisch einspeichen, wie ich es jetzt hier auch schon vorbereitet habe. Dazu müssen wir etwas drauf achten, wie wir dann letztendlich die Speiche in die Nabe reinstecken. Hier kann man ganz gut erkennen von der Innenseite, dass es immer ein paar Löcher gibt, die so leicht versenkt sind. Das ist dann, da müsstet ihr dann die Speiche von innen nach außen reinstecken. So wird dann auch der Kopf schön versenkt. Und bei diesen anderen Löchern kommt dann letztendlich die Speiche von der Außenseite rein. Und damit möchte ich jetzt auch erst mal beginnen. Das heißt, in jedem zweiten Loch kommt jetzt die Speiche einmal von außen rein. Und dann kommt die Speichen einmal gegen den Uhrzeigersinn. Und dann lege ich meinen Felgenring drumherum. So, und jetzt müssen wir darauf achten, die Löcher sind ja in verschiedene Richtungen hingebohrt. Und für die erste innere Speiche brauchen wir hier diese Löcher, die nach oben hin zeigen. Da führen wir unsere Speiche durch. Die hat auch hier so ein kleines Gewinde. Und auf das Gewinde kommt dann dieser Speichennippel drauf. So ungefähr vier Umdrehungen. Weil dann haben wir noch genügend Restgewinde übrig, damit wir dann die Felge oder die Narbe besser zentrieren können. Und dass jede Speiche an ihren richtigen Ort kommt. So, und dann geht das Setze hier so weiter. Das ist dann jetzt immer jedes vierte Loch, wo wir die Speiche einführen müssen. und dann geht das ceche plutôt dich mit. Dann gebt das Schweiche. So, und jetzt haben wir schon mal die ersten inneren Speichen soweit eingespeicht. Jetzt machen wir mit den innenliegenden Speichen auf der anderen Seite weiter. Das Besondere bei der SR2 ist, dass wir auf dieser anderen Seite ein Langloch haben. Das erleichtert uns das Einfädeln von den Speichen. Und um die Speichen innenliegend zu machen, gehen wir mit dem Speichenkorb von innen nach außen. Und dann kommt diese Speiche jetzt hier in das danebenliegende Loch rein. Na, sie will nicht. Und das machen wir jetzt natürlich einmal ringsherum weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt haben wir alle innenliegenden Speichen soweit fertig eingespeicht. Jetzt geht es an die außenliegenden Speichen. Und dazu müssen wir jetzt aber erstmal die Radnarbe samt Felgenring einmal komplett umdrehen. Hierzu bringe ich die Narbe etwas auf Spannung, dass wir dann beim Rumdrehen die ganzen Speichen hoffentlich nicht wieder rausfallen. So, wunderbar, das hat auch gut geklappt. Und jetzt geht es weiter mit den außenliegenden Speichen. Und hierzu führen wir dann hierzu führen wir ebenfalls wieder die Speiche in dieses lange Loch rein. Diesmal aber von außen nach innen. Und dann kommt diese Speiche jetzt hier in dieses Loch rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie man jetzt schon sehen kann, überkreuzen sich hier die außenliegenden Speichen schon mit den inneren Speichen. Und das muss man jetzt natürlich noch auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls noch machen. So, und jetzt müssen wir natürlich noch die außenliegenden Speichen auf der anderen Seite einspeichen. Und hierzu nutzen wir jetzt diese Löcher mit diesen Einkerbungen, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Und jetzt stecke ich einfach überall in so ein Loch so eine Speiche rein. So, und zum besseren Einfädeln würde ich jetzt hier unter die Felge noch den Reifen drunter legen, weil somit kommt dann die Felge etwas höher. Jetzt sitzt die Nabe etwas mittiger auf vom Felgenring und das erleichtert mir jetzt letztendlich das Einfädeln der letzten Speichen. Ich werde jetzt nach und nach dann noch einfädeln, damit sich jetzt hier keine Speiche in den frisch lackierten Felgenringen verkantet und in der Kratzer reinmacht. Und jetzt kommt die Nabe etwas mit der Kratzer reinmacht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt fädel ich die Steckachse hier hinten durch So, jetzt habe ich die Steckachse erstmal handfest dran geschraubt Und dadurch, dass ich jetzt kein Zentrierwerkzeug da habe, mache ich es jetzt eigentlich ganz einfach und unkompliziert Ich habe hier an der Tischplatte ein ganz normales Loch reingebohrt Wo ich jetzt hier meine Felge rein spanne und mit einer Mutter unten befestige Und dann drehe ich jetzt einfach die Felge ganz langsam Und dann kann man halt sehen hier an dieser Messspitze, wo die Felge zu weit nach oben geht Beziehungsweise wo sie zu weit nach unten geht Jetzt kann man ganz gut erkennen, dass hier so eine Erhöhung ist Ich drehe nochmal zurück Da kommt sie halt die Felge ein bisschen nach oben Deswegen muss ich jetzt genau an dieser Stelle, wo sie nach oben geht Die innenliegenden Streben, die dazu führen, dass die Felge nach unten gedrückt wird Die muss ich jetzt mit Hilfe dieses Speichenwerkzeuges etwas wieder anspannen Dass wir dann hoffentlich sehen, dass die Felge dann etwas nach unten gezogen wird Nachdem ich jetzt hier alle Speichen so weit schon mal vorzentriert habe Und ich finde jetzt auch, jetzt läuft die Felge eigentlich auch ganz gut rund Ziehe ich jetzt nochmal jede Speiche nochmal ungefähr drei Umdrehungen nach Dann schaue ich nochmal, ob die Felge immer noch so schön rund läuft Denn letztendlich ganz jede Unwucht kriegt man nicht raus Weil das ist nun mal eine alte Stahlfelge Wenn man das halt wirklich zu 100% rund haben möchte Muss man dann wahrscheinlich eher eine neue Sicht zulegen Und wenn ich das dann gemacht habe und alles in Ordnung ist Dann beginnen wir weiter mit der Bereifung Bevor ich jetzt den Reifen auf die Felge aufziehe Muss zunächst einmal noch dieses Felgenband rein Ihr müsst da aufpassen, dass das Loch für das Ventil natürlich auch an die Dafür vonhergesehen eine Stelle rankommt Das Felgenband ist jetzt drauf, jetzt geht es weiter mit der Bereifung Bei diesem Profil ist die Laufrichtung egal Deswegen muss man da jetzt nicht weiter drauf aufpassen, wie rum wir den Reifen anbringen Und ansonsten habe ich mich für ein 19-Zahl Heidenau-Reifen entschieden In der Videobeschreibung würde ich euch auch noch den Link dazu reinpacken Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen Und jetzt ist da hier einmal komplett über die Felge drüber gerutscht Deswegen geht es jetzt weiter mit dem Schlauch Hier mache ich erstmal die Kappe und die Mutter ab Und jetzt fädel ich zunächst einmal das Ventil durch das Loch durch So, wenn dann das Ventil hier durchgerutscht ist, mache ich diese kleine Mutter noch drauf Dass man das Ventil nicht wieder zurückrutscht Und jetzt packe ich den ganzen Schlauch hier in den Reifen rein So, wenn dann das Ventil ist, dann geht es weiter mit dem Schlauch hier in der Videobeschreibung So, jetzt ist der Schlauch einmal komplett hier reingerutscht Und jetzt drücke ich noch den Reifen in diese Felgenwulst mit rein So, die letzten paar Zentimeter gehen natürlich einfach mit der Hand rein drücken zu schwer Deswegen habe ich jetzt hier ein Montiereisen Und habe mir hier die vordere Stelle etwas mit Klebeband abgepolstert So, dass ich mir jetzt nicht die Felge zerkratze Und jetzt würde ich jetzt noch die letzten paar Zentimeter hier mit dem Montiereisen rein drücken Wunderbar und jetzt haben wir hier schön die Reifen komplett rundherum Sowohl vorne als auch hinten auf der Felge drauf Die Bereifung habe ich jetzt auch noch auf das Vorderrad drauf gezogen Und zu guter Letzt habe ich noch bei beiden Felgen hier diese Staubschutzdichtung angebracht Damit einfach das Radlager kein Staub oder Dreck abbekommen war Ansonsten würde uns das natürlich viel schneller verschleißen Vom finanziellen her habe ich pro Speichensatz 30 Euro bezahlt Also insgesamt 60 Für Reifen, Felgenband und den Staub habe ich auch insgesamt so 45 Euro bezahlt Und dann noch für diverse Kleinteile so ungefähr 5 bis 10 Euro Wie bereits erwähnt, die Links dazu teile ich euch in der Videobeschreibung Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen, wenn euch das interessiert Und ansonsten hoffe ich, dass euch mein Video gut gefallen hat Falls ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben Und abonniert meinen Kanal, dass ihr keine weiteren Videos mehr mit mir verpasst Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder Denn dann wird die SR2 langsam wieder aufgebaut Also macht's gut! Rethil Rose IchANRO YANRO Eldr